so herzlich willkommen wieder zur nächsten folge von world of warships legends mit dabei ist der instanz und ja wird interessant ja klar bewegst du dich mal oder fährst du rückwärts oder rückwärts oder die schlachtschiff also ich verwende die technik erst rückwärts fahren dann hast ein bisschen abstand zum gegner dann kannst du abwarten wie der sich positioniert meistens fahren dann die kreuzer und die zerstörer schon vor dann hast du schon mal was aufgedeckte ganze position vom gegner besser begutachten und dir nochmal überlegen was du dann genau machen möchtest ich fahr immer rein das ist die wäschetaktik da kann nichts schief gehen fahr nicht da rein sicher fahr ich da rein ist lustig da drin du bist auch sofort raus wenn die gang guck dir einmal was drückt dann bist du weg die karlsruhe steckt es schon weg ok meine schiffe müssen sowas wegstecken können weil ich war immer so fährst du aber die falsche klasse ja aber ich habe aber ich habe wirklich festgestellt sobald du schlachtschiff hast folgte keine sache schlachtschiffe sind ja auch nicht dafür da die schlachtschiffe sind eigentlich dazu da um kreuzer zu jagen das was du grad fährst und das lass dich grad beschießen so und äh kreuzer sind dazu da um die zerstörer auf distanz zu halten und zu vernichten die zerstörer sind dazu da um die schlachtschiffe zu killen wir haben eine geknerische stöder versenken ja dann versuch mit dich mal wo bist du denn aber ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt das ist auch noch aber wenn du nicht drauf gehst dann könnte ich endlich anfangen vielleicht in Mexiko zu fahren da musst du wohl jetzt aus der dann muss ich warten bis du fertig bist bis ich fertig bin oder du gehst in eine eigene Gunde ich bin ein Vogelwarte da gehe ich unterschiedlich mit diesen schönen blauen Felsen an da geht auch noch eine unter hier auch da auch also bei A gehen ganz schön viele Schiffe unter da ist auch noch mal eine untergegangen Achtung Zerstörer da ist auch noch eine untergegangen Ich weiß, ich weiß, ich weiß, alles gut. Nochmal. Alles gut. Alles gut. Ich habe ja gar keine Sekundär. Stimmt ja. Bedankt nicht bei ihm, gell? Bedanken nicht. Die Probe ist Butter. Kannst du nicht immer die so perfekte Treffe erzielen, wo du wirklich ganz viel abziehst? Ja, Zitadellen. Das war ja gar nicht Zitadellen. Ich ziehe auch immer darauf, aber ich treffe nie. Rum, 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 dreh dich. Da steht ein Berg im Weg. Das ist gut. Wenn ich dagegen fahre, passiert nichts. Ja, ich finde, Louis nimmt C ein. Vor der Hilfe an! Das einzige Überlebende hast du auch nur so die Arschkarte. Hm? Das einzige Überlebende hast du auch so die Arschkarte. Ja, dann ist der Cookie in der Mitte. Dann hat dich jeder lieb. Ja. Ich hätte mal eine interessante Runde. Und so hatte ich so gute Teammates gehabt, die es richtig gut geschafft haben. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben. Innerhalb von drei Minuten waren fast alle Tote. Waren auch zwei Schlachtschiffe übrig. Ja, das habe ich auch schon mal mit ein paar Leuten angekriegt. Ab und zu hast du so Glücksrunden. Und nach der vierten Minute war ich ganz alleine. Und die anderen waren auch komplett voll. Zwar war nur wieder Ankerhitter, also war das nicht das Problem. Das ist ein neuer, was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist das denn hier denn aufzureitend? Boah, das ist ja wieder. Das ist ja überhaupt nicht lang. Oh, hier sind so eine Geräte in der Pflicht. Oh, leck. Ach Gott, die New Mexiko braucht noch so übesviel. Oh, hier sind wir. Ach ja. Ach, hier stehen aber viele Schiffe stehen noch am Anfang. Oh, die Pensacola habe ich bald fertig. Yes. Drecksfeuerspukerschiff ist das. Ah, fast schon Flammenwerfer. Ja, die Pensacola. Wärst du alles querbeet? Das kommt doch wann. Nein, ob du alle Schiffsklassen spielst oder? Nein, wenn dann nur die Schlachtschiffe. Also ich bin eigentlich nicht die Zerstörer. Mit dem Zerstören komme ich nicht zurecht. Ich auch nicht. Was ist die Kreuze und die Schlachtschiffe, ja? Ja. Aber Zerstörer? Ich hätte voll die gute Idee, machst du damit? Die wäre? Die Karte entlangfahren, schon relativ an Brand. Ja, war sowieso der Plan links rum zu fahren. Alle waren auf Gefechtsstationen. Alle waren auf Gefechtsstationen. Ich brauche Unterstützung. Alle waren auf Gefechtsstationen. Wenn ich alleine bin, bleibe ich eigentlich immer in der Basis und beschütze. Wenn ich alleine bin. Dann bin ich immer hinten. Dann gehe ich immer nach vorne. Also mache ich extra so eine größere Runde eigentlich. Weil dann alle mitgehen so richtig schön. Und dann. Bis auf einmal. Bis auf einmal. Das sind alle auseinander gegangen. Und der Imperator und ich so eine Quellfeld einfach durchgerast. Und es war nichts los in der Mitte. Wir haben dann die Basis-Einklammung gewonnen. Ja gut. Das sind die Gegner, die nicht aufpasst. Ne. Ich bleibe lieber taktisch hinten. Ich hoffe immer, dass die. Ich warte eigentlich immer, bis die Gegner abgelenkt sind mit anderen Schiffen. Und dann drauf. Das finde ich nicht. Ich mag die Taktik nicht so wirklich. Ja, ist aber strategisch sinnvoller am Leben zu bleiben. Ja. Aber meiner Meinung nach ist es halt einfach nur so. Du bist eigentlich ein Schlachtschiff, was die meisten hat. AP hart. Ja, aber Schlachtschiffe haben halt die Reichweite. Und dementsprechend sind die auch für die Entfernung ausgelegt. Alter, die Schiffe kommen da jetzt wieder. Okay. Du bist nicht dazu da, um nach vorne zu fahren. Hey, aber auf die erste Taktik kommt keiner. Ja, das ist ja das große Problem. Neuer Alarm. Kreuzer, ja. Tester. Jo. Tester. Problem gelöst. Ich kann die Spray wieder bis unter uns nehmen. Hm. Ja. Ich kann die Spray wieder bis unter uns nehmen. Arizona. Ah, sie ist. Ja. 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 Die Arizona hat es auf uns abgesehen. Die Citroen wird zuhause. Ich mach grad die Switch aus. Boah. Allerdings. Genau deswegen im Kreuzer niemals an Schlachtschiffe. Krass. Feuer Alarm. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. So, Rikrozi. Was ist denn krass? Was ist denn krass? Was ist denn krass? Ach ja, wie gut das mein Leben durch so viel schneller versinkt. Ah ja, wie gut das mein Leben durch so viel schneller versinkt. Geil. Das läuft doch. Ab!!! tschüss ich hab ein torpedor im arsch bekommen also von daher noch lebe ich weg 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 gleich bin ich down nicht mehr reparieren ich bin schon dabei ich schick schon hoch warte wir haben noch ich hab's abgeschossen ich hab jetzt voll auf mich abgesehen kann das ja der hat gerade auch schon selber auf mich geschossen von dem habe ich schon schaden gekriegt oder schaden bekommen ja ja die sohle ist da hinten wir müssen ja legal irgendwie helfen ja 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 ach sie kommt zu uns sag hallo ja lass mal ja würde ich das gerne vermeiden aber das lässt sich einfach nicht vermeiden ja du brennst hehehe ich schieße auf dich ja ich weiß die Arizona auch schon ja ich bin beliebt falsch noch das ist ja das Problem die Arizona ich mach's nicht mehr lang das weiß ich jetzt schon ich bin es ist ja wir wissen das ist ja das ist ja Okay... Problem gelöst! Jo, da an! Alter! Und noch eine Lyon. Ja hallelujah, das kann ja noch ein werden. So, jetzt sehen wir mal, wie so ein Schiff sinkt. Habt ihr schon auch noch einer gesehen? Cool, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Alles angeprüllt. Ach du hast nur noch 5 Schiffe vor dir. Passt doch. So, jetzt kannst du eigentlich nicht denken. Und zurückgehen! Uuuuh! Also, welches haben wir denn da? Wir haben die Arizona. Ich hab' den Turm gekillt, Alter. Ich bin kasslich. In New Mexico und du. Richtig. Ich hab' den Turm gekillt. Der hat beide hinter dem Türm gekillt. Mwaaah! Kann ich mal zurückfeiern. Egal, was du machst, du hast eigentlich... Wir haben eigentlich eher schon verloren. Ja, weil ich gerade zwei Schlachtschiffe am Arsch kleben hab. Nicht nur das, schauen wir mal auf unsere Basis. Das heißt, wenn du das schaffen würdest... Ach, die Basis ist mir scheißegal. Ich will eigentlich nur überleben. Wir kauen. Aaaaah! Oh man! Ich fühl mich grad irgendwie schon eingerostet. Keine Ahnung warum. Sonntag. Äh... Hat dann nichts zu tun. Natürlich hat sie mir wieder die Türme hinten gekillt. Oh, alter. Einer ist komplett Schrott, der andere ist fast Schrott. Nehmt die Basis sein, bitte. Nehmt die Basis sein, bitte. Ne, das überlebe ich nicht mehr. Einer ist der Verzweiflung im Schuss und weg. Alter... So, dann will ich mir das sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Und... Ja, bis zum nächsten Mal. Ui! Ja, bis zum nächsten Mal, also dann. Tschüssi! Was ist das so?